Die Arminia steigt weit in den Abstiegskampf, Essen wiederum könnte sogar noch aufsteigen und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Spiel. Auf geht's nach Bielefeld! Auf geht's nach Bielefeld! Angekommen in Bielefeld und jetzt direkt mal auf dem Weg zur Alm, besser gesagt zur Schiko Arena und dann geht's in einer guten Stunde auch schon los. Jetzt sind wir hier am schönen Bielefelder Siegfriedplatz, Treffpunkt vorm Spiel für zahlreiche Armin. Die Startlage ist natürlich schon geil. Und ganz da hinten, mitten im Wohngebiet, sehen wir sie schon, die Alm. Bin auf jeden Fall mal gespannt auf das Spiel im sportlichen Sinne, denn natürlich verfolge ich Bielefeld auch als Rittligist weiter. Bin bei einigen Highlights dann auch nachher immer wieder mit dabei und schaue mir die sehr, sehr gerne an. Aber Bielefeld hat ja auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Aktuell ist man ja Tabellen 16. Da ist es in der dritten Liga nicht ganz so schlimm wie in Liga 1 oder 2, denn es gibt ja 20 Mannschaften. Man hat aktuell fünf Punkte Vorsprung auf Platz 17. Und trotzdem ist Bielefeld durchaus formverbessert. Das muss man auf jeden Fall ganz klar so sagen. Auf der anderen Seite spielt Essen um den Aufstieg mit. Aktuell ist RWE Tabelle 7 da. Aber gerade mal zwei Punkte oder zwei Spiele weniger und fünf Punkte Rückstand auf Platz 3. Also die könnten heute nochmal richtig Druck machen. Generell ist in Liga 3 der Aufstiegskampf extrem eng. Das ist ein wirklich, auch rein sportlich betrachtet, sehr interessantes Spiel. Aufstiegskampf gegen Aufstiegskampf. Bielefeld letzte Woche ja auch dann ein bitteres Unentschieden gehabt gegen Ingolstadt, wo man kurz nach Schluss noch einen Ausgleich geschluckt hat. Und Essen wiederum hat das Derby gegen Duisburg deutlich mit 4 zu 1 gewinnen können. Auch heute sind wieder über 20.000 Karten verkauft. Natürlich werden auch einige Essener hier sein. Am Bahnhof war auch schon ordentlich Polizei aufgebot. Also eine tolle Kulisse ist zu 100% garantiert. Ich freue mich auf eine richtig, richtig gute Stimmung von beiden Seiten. Natürlich aber auch mit einer gewissen Brisanz eben auch auf beiden Seiten dabei. Auch heute wieder bestes Fußballwetter am Start. Geil! Insgesamt ist das ja auch mein vierter Bielefeld-Vlog in der aktuellen Saison. Ich war ja beim Derby gegen Münster mit dabei. Da gab es einen 4 zu 1 Sieg im Pokal gegen Hamburg. Da gab es so Pleite. Kurz nach Weihnachten gegen Dresden auch verloren. Heute wird es ein Unentschieden, wie so oft in meinen Bundesliga-Besuchen bei Bielefeld mit einem 1 zu 1. Heute müssen wir durch den Eingang Nordwest und in Bielefeld kann man nur da rein. Wo es auch am Ticket draufsteht, ist eben dann so. Und deswegen muss man noch ein paar Meter weiter. Drehen im Stadion und direkt mal hier der Bus von Rot-Weiß Essen. Endlich mal wieder, auch vor allem bei bestem Wetter. Geil! Ich hab Bock! Jetzt geht zuerst mal eine schöne Bratwurst nach Gladbach und Schalke jetzt Bielefeld. Gutes Ding. Prost auf die Arminia und jetzt geht's rein ins Stadion. Essen sehr gut vertreten und Bielefeld natürlich auch. Unser Platz ist auch direkt hier über dem Eingang. Auf jeden Fall eine ganz coole Sicht. Relativ viel Beinfreiheit. Und dann haben wir hier den Gästeblock. Und da die Bielefeld-Kurve. Ah, da ist Feuer drin. Wow. Drittliga-Spiele lohnen sich wirklich jedes Mal, wenn solche da sind wie Bielefeld gegen Essen. Da steckt so viel Tradition drin. Natürlich auch ein gewisser Hass anscheinend auf beiden Seiten. Ich hab jetzt schon Bock hier zu sein. Und gleich geht's dann auch in einer guten Viertelstunde los. Drittliga-Spiele. Heute mal kennenzulernen in einem Spiel. Hatte ich bislang auf jeden Fall noch nicht. Auch RWE natürlich im Traditionsklub pur mit dem Stadion an der Hafenstraße. Auch da würde ich mal ganz gerne hin. Mal gucken, ob das vielleicht in der kommenden Saison was wird. Ich freue mich auf jeden Fall heute Essen und Bielefeld zu sehen. Denn vielleicht, wenn Essen hier gewinnen sollte, könnte es ja auch sein, dass sie in die zweite Bundesliga kommen. Und dann ein Duell gegen Schalke wäre was. Ich meine, andere befürchten ja fast schon eine Elegation zwischen Schalke und Essen. Hoffen war's mal nicht. Ex-Schalke heute erst mal auf der Bank. Ex-Schalke heute Abendessen und Ich-Ben. Jünger. Bielefeld auch heute in Sonneträgers unterwegs für Toleranz und Vielfalt. Was an den letzten sehr, sehr harten Jahren hier wieder im Bielefeld entstanden ist zwischen Fans und Mannschaften, ist wirklich vorbildlich, wow, Respekt. Und an Döcke, älsten Stößern. Ah, schade. Jetzt gibt es erstmal einen schönen Crepe hier in Bielefeld, zur Abwechslung an diesem Wochenende mit viel Bratwurst, mal sehr angenehm. Gar nicht so einfach, Crepe essen und filmen. Oh, mag alles gut. Kerskin, Gladbach-Leihgabe zur Stelle. Ah, schade. Ah, schade. Oh, stark vergützig. Ich bin ... Eh ... ... Ich bin überschlePower ... Viele Mannschaften wollen aber beide können doch nicht so richtig Da muss sicherlich ein bisschen mehr Risiko her. Da ist es da! Bielefeld gehen in Führung. Und das zu einem Zeitpunkt, wo ich es nicht gedacht hätte. Bielefeld, Bielefeld, Bielefeld! Bielefeld, Bielefeld, Bielefeld! Boom! Ohoho, da war Merdig. Ja, da war Merdig. Bielefeld, Bielefeld, Bielefeld! Pause in Bielefeld und die Arminia führt mit 1 zu 0. Das wäre natürlich statt jetzt ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Aber es sind eben auch noch ein paar Minuten zu gehen. Essen kommt es auch noch nicht so richtig vor das Tor. Ich glaube, das ist auch das mit größte Problem. Ansonsten war es nämlich im Großen und Ganzen ein schon eher ausgeglichenes Spiel. Also im zweiten Durchgang wird Essen mehr Risiko gehen. Das öffnet Räume für Bielefeld. Das könnte nochmal richtig interessant werden. Ganz interessant für alle Essener unter euch. Neben uns sitzt direkt Markus Stegmann, Direktor Profifußball vom RWE. Mal interessant, so einen Fußballmanager neben sich direkt sitzen zu haben. Der ordentlich mit dabei ist, emotional gesehen. Mal gucken, ob der in der zweiten Hälfte auch nochmal jubeln darf. Bei Essen haben wir auch noch einen ehemaligen Schalker mit dabei. Felix Wienand hat für uns von 2016 bis 2022 im Tor gestanden im Jugendbereich. Und mittlerweile eben dann bei Essen die Nummer 2. Auf der zweiten Hälfte läuft. Die Nummer 2. Auf der zweiten Hälfte läuft. Der Hälfte läuft. Was? Ich gehe der denn nicht rein. Dicke Chancen in Bielefeld aufs 2-0, die echt gut rauskommen aus der Kabine. Mit sehr viel Schwung nach vorne. Bielefeld will das Tor und da hätte es fallen müssen. Es wird rupiger. Musik Voglade Und da ist der Ausgleich, Esten wurde stärker, Esten hat bei Druck gemacht und dann rappelt es. Halbe Stunde noch, jetzt geht es richtig los. Nein! Das ist gut. Wow! Uuh! Woah! Wohoho! Wow! Boas steht euch alle durch! Wow! 20 Minuten noch. Beide wollen den Sieg. Bielefeld braucht mehr Offensicht-Power und jetzt kommt Nassibuschelab, ehemaliger Schalker. Oh! Oh! Wiener PSA! Wiener PSA! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. In dem Sinne könnt ihr mal gerne eure Meinung zum Spiel und zum Vlog in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.